Wir haben wieder eine tolle Auktion und da sind sehr viele Märklin Objekte, unter anderem dieses Flugzeug von Manfred von Richthofen, Lufthansa steht hier drauf. Das Ganze ist signiert, ich gehe davon aus, dass das Führungskräfte von der Firma Märklin gewesen sind und jetzt fliegt das Ding mal aus dem Bild. Und dann habe ich hier für euch noch eine schöne Lok, hier ist man der Zeit auch voraus, das ist eine sogenannte E-Lok. Die Nummer ist 5516 und man kann jetzt hier aktuell mitbieten, der Startpreis ist 290 Euro, die sind auch schon geboten. Wir gehen davon aus, dass wir hier zwischen 600 und 1000 Euro bekommen werden und das heißt, wenn ihr mal eine Märklin Sammlung verkaufen wollt, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen oder wenn ihr natürlich sammelt, auch gerne hier live mitbieten auf unserer Webseite oder bei Lottissimo. Viel Spaß beim Bieten, schönen Tag wünsche ich euch.